75 Jahre jung und noch kein bisschen müde. TTC-Präsident Manfred Gstettner feierte Anfang Januar Geburtstag. Von der Mannschaft gab es vor dem Spiel ein kleines Präsent. Ein weiteres, so der Plan, sollte folgen mit einem Sieg gegen den SV Werder Bremen. Tischtennis in Grenzau, ohne Manfred Gstettner wäre das undenkbar. Danke für all den Einsatz und viel Gesundheit und Glück für die Zukunft. Die Mannschaft vor dem Spiel ebenfalls gut gelaunt und zuversichtlich. Wohl wissend, dass da ein schwerer Brocken wartet. Im Hinspiel hatte der TTC in Bremen knapp mit 3 zu 2 gewonnen. Um diesmal wieder die Nase vorne zu haben, musste alles perfekt laufen. Und zumindest die Aufstellung lief nach Plan. Im ersten Einzel traf Kenji Matsudaira auf Lars Hielscher. Es dauerte ein wenig, bis sich Matsudaira vom japanischen Urlaubsklima auf Westerwälder Arbeitsklima umgestellt hatte, der erste Satz ging mit 11 zu 5 an den Bremer. Der Wadi erwartet hohe Hürde für den Grenzhauer. Kenji wehrte im zweiten Durchgang zwei Satzbälle ab, benötigte selbst aber vier, um den Satz mit 14 zu 12 zu gewinnen. Das war wichtig. Matsudaira kam langsam in Schwung. Und auf Bremens Bank sahen Krischern und Lundquist mit besorgter Miene, wie ihr Mitspieler im dritten Satz völlig von der Rolle war. Matsudaira gewann mit 11 zu 1. Der Widerstand schien gebrochen. Doch wer Hielscher zu früh abschreibt, der macht einen Fehler. Der Deutsche kam noch einmal zurück, holte sich Satz 4 mit 11 zu 9. Dieser Abend sollte ein echter Krimi werden und das hier war erst der Auftakt. Hier die Entscheidung im vierten Satz. 11 zu 9 für den Bremer. Der Ball die Faust und auch sein Trainer Christian Tamasch weiß, Matsudaira ist an diesem Abend zu schlagen. Doch der 22-jährige Japaner im Trikot des TTC scheint auf dem Weg zu seiner alten Form zu sein. Das war so ganz nach dem Geschmack der knapp 500 Zuschauer in der Zugbrückenhalle in Grenzau. Fünfter Satz, 10 zu 9 Führung, zweiter Matchball Matsudaira. Der Japaner holt den ersten so wichtigen Punkt in diesem Match und schauen Sie mal, wie viel Anspannung da von ihm abfällt. Es war bisher nicht seine Saison. In der Rückrunde soll alles besser werden und dieser Auftakt machte Mut. Matsudaira behielt die Nerven, Grenzau führte mit 1 zu 0. Hinein ins zweite Einzel, Adrian Krischan gegen Tomasz Pavelka. Der Favorit, klar im Trikot des SV Werder Bremen. Krischan spielt eine überragende Serie. Pavelka aber wollte mit forschem Spiel den Rumänen überraschen. Der gewann die Sätze 1 und 3 mit 11 zu 6 und 12 zu 10. Pavelka holte sich die Sätze 2 und 4 mit 11 zu 9 und 11 zu 7. Und hatte im fünften Satz Pech, als Krischan gleich drei Kantenbälle und eine Netzrolle auf seiner Seite hatte. Sowas gleicht sich im Tischtennis immer wieder aus. Nicht aber in einem Satz, der mit 11 zu 9 endet. Krischan ist derzeit Bremens Lebensversicherung. Er glich aus zum 1 zu 1. Hier der Matchball. 2 Einzel, 2 Spiele über 5 Sätze. Schon früh war klar, dass die Zuschauer an diesem Abend einen Tischtennismarathon erleben würden. Entsprechend knapp ging es auch im dritten Einzel zur Sache. Wollte der TTC seinem Erfolgsplan folgen, dann musste nun ein Einzelsieg von Robert Gardosch gegen Jens Lundquist her. Der hatte im ersten Durchgang bei 10 zu 7 gleich drei Satzbälle. Der Grenzhauer aber wehrte alle ab und holte sich den Durchgang mit 13 zu 11. Der zweite ging mit 11 zu 9 an Lundquist, der dritte mit 11 zu 9 an Gardosch. Ein Spiel auf des Messers Schneide. Und wahrlich nichts für schwache Nerven. Vierter Satz, 11 zu 10 steht es für Lundquist. Der Ball war noch dran. 12 zu 10. Der fünfte Satz musste entscheiden. Wie schon im Hinspiel in Bremen. Da führte Lundquist im fünften bereits mit 6 zu 0, verlor aber noch mit 8 zu 11. Diesmal war es weniger spannend, Gott sei Dank. Gardosch machte mit einem 11 zu 4 den Sack zu. Erleichterung in der Zugbrückenhalle. Grenzow führte wieder mit 2 zu 1. Es ging in das Duell der beiden Einser. Matsudaira gegen Krishan. Im Hinspiel hatte es diese Begegnung auch gegeben. Der Rumäne gewann damals in 4 Sätzen. Diesmal ging es schneller. 11 zu 6, 11 zu 9, 12 zu 10. Der elfte Einzelsieg in der DTTL in Folge. Adrian Krishan ist der Mann der Stunde in der Liga. Es stand 2 zu 2. Das Doppel also musste entscheiden. Und hier kehrte Lucian Blaschik überraschend nach langer Verletzung zurück an den Tisch. Ohne grünes Licht des Arztes. Einfach nur mit einem Gefühl, dass es für ein Doppel reichen könnte. Blaschik und Gardosch gegen Hilscher und Dodian. Auch das war keine klare Sache. 11 zu 5, 12 zu 10, 9 zu 11. Es ging in den vierten Satz. Hier aber behielten die Gastgeber die Nerven und machten den Sieg endgültig perfekt. Nach 255 Spielminuten, das ist DTTL-Saisonrekord, durfte Grenzow jubeln. Stimmen zum Spiel. Die Trainer. Es war ein enges Spiel. Wir haben den zweiten Satz 10 zu 7 geführt und den Satz noch verloren. Wenn 1 zu 1 oder vielleicht den dritten, dann führte es 2 zu 1. Das ist was anderes. Es war eng, aber okay. Wir haben die Vorrunde gegen Bremen auch 3 zu 2 gewonnen. Und auch Schlag gegeben, dass der Kenji direkt am Anfang das erste Spiel gewonnen hat, wo es ganz knapp war. Und dadurch sind wir 1 zu 0 in die Führung gegangen. Und danach hat fast alles nach dem Plan abgelaufen. Neben Matsudaira war Lucian Blascik der Matchwinner. Seine Doppelstärke gab am Ende den Ausschlag. Ja, es war schön, wieder am Tisch zu stehen. Also ich habe drei Monate wirklich keinen Ball geschlagen. Und obwohl ich kein grünes Licht noch vom Doktor habe. Und nur nach Gefühl denke ich, dass mein Sehnenriss schon geheilt hat. Habe ich entschieden gestern, dass ich vielleicht in Doppelmannschaft helfen kann. Ich habe nur dreimal trainiert und drei Monate vorher wirklich nicht gespielt. Das war ein bisschen riskant, aber dieses Risiko hat sich gelohnt heute. Und ich habe mein kleines Teil zum heutigen Sieg beigetragen. Und das war natürlich für mich fantastisch, wieder spielen zu dürfen und dabei zu sein. Und das war natürlich für mich.